In Johannes Kapitel 1, Vers 23 lesen wir die Botschaft von Johannes dem Täufer. Ich bin die Stimme eines Rufenden in der Wüste, ebnet den Weg des Herrn. Johannes der Täufer wusste um seine Berufung und seinen Platz innerhalb der Heilsgeschichte Gottes. Er war nur eine Stimme in der Wüste, das Wort war er nicht. Das Wort ist Jesus Christus. Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Als Christus kam, war die Stimme nicht mehr zu hören. Jesus bezeichnet den Täufer in Johannes Kapitel 5, Vers 35 als eine Leuchte. Doch als das Licht der Welt auftrat, wurde die Leuchte ausgeschaltet. Johannes der Täufer sah sich als ein Fingerzeig auf Christus hin. Seine Botschaft war durch und durch Christus zentriert. Siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Seine Botschaft war eindeutig. Siehe, schaut weg von meiner Person, schaut hin zu Jesus Christus. Nicht ich bin der Retter, nicht ich bin der Messias, sondern Jesus Christus. Johannes wollte den Menschen nur helfen, Christus zu erkennen. Er wollte noch nicht einmal seine eigenen Jünger haben und mit ihnen eine neue Bewegung starten. Ganz im Gegenteil. Johannes der Täufer freute sich, wenn seine Jünger die Fronten wechselten und sich in die Nachfolge Christi stellten. Er ließ sie gerne gehen. Ging es doch nicht um ihn. Genau dies ist auch heute die Berufung eines jeden Pastors, Predigers und Missionars. Wir dürfen niemals unsere eigenen kleinen Königreiche bauen, sondern uns nur als Werkzeuge im großen Reich Gottes verstehen. Gott ist noch nicht einmal von uns abhängig, aber er adelt uns, indem er uns gebraucht zu seiner Ehre. Wir bringen auch nicht unsere eigene Botschaft, sondern verweisen nur auf Jesus Christus. Siehe, das ist Gottes Lamm. Das Lamm Gottes ist das Zentrum jeder christlichen Verkündigung. Oder wie Paulus es betonte, wir verkündigen Christus und ihn als Gekreuzigten. Botschafter von Jesus reißen die Menschen nicht an sich selbst und gründen mit ihnen ihre kleinen Wekten, sondern sie führen die Menschen nur zu Jesus, denn Jesus ist der Retter der Welt und das Haupt seiner Gemeinde. Ein Prediger des Evangeliums will nicht seine eigenen Jünger und Fans haben, sondern jeder soll nur noch voller werden mit noch größerer Freude und Staunen über Jesus Christus. Was sagt Jesus in Johannes Kapitel 5, Vers 23? Auf das alle den Sohn ehren. Das ist das große Ziel der Rettungsaktion Gottes. Johannes der Täufer verkündigte auch, wer die Braut hat, der ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams aber, der dabei steht und ihm zuhört, freut sich sehr über die Stimme des Bräutigams. Diese meine Freude ist nun erfüllt. Johannes 3, Vers 29 Warum freut sich Johannes der Täufer so sehr? Warum ist seine Freude erfüllt und vollkommen? Weil der Bräutigam jetzt alle Aufmerksamkeit bekommt. Wie ist es bei Hochzeiten? Die Kameras sind alle auf den Bräutigam gerichtet. Der Reis fällt auf ihn. Die Flitterwochen stehen im Zeichen des Bräutigams. Und niemand wirft einen Blick auf die nun schweigende Stimme des Freundes, der nur noch abseits auf den Kirchenstufen steht. Die Stimme des Bräutigams hat die Stimme des Freundes, die in der Wüste rief, abgelöst. In einigen Monaten wird das Schwert des Herodes die Stimme des Täufers endgültig zum Schweigen bringen. Wie reagiert Johannes der Täufer auf diese Reduzierung? Er sagt, meine große Freude ist nun vollkommen. Sie ist erfüllt. Johannes der Täufer freut sich, wenn Jesus groß gemacht wird. Darin sah er seine ganze Berufung. Er wollte nur ein Wegweiser zu Jesus sein. Er war dazu berufen, den Weg für den Messias zu ebnen. Er selbst freut sich, dass er sich nun ganz in den Hintergrund stellen kann. Johannes sagt auch, er muss zunehmen, ich aber muss abnehmen. Was würde geschehen, wenn jeder Mitarbeiter in unseren Gemeinden mit dieser Sehnsucht erfüllt wäre? Es geht nicht um mich, sondern darum, dass Christus noch mehr in uns Gestalt gewinnt. Der Täufer Johannes lehrte uns diese Lektion. Es geht nicht um mich, sondern um Jesus. Amen.